Tja, wohl nicht genau den, den ihr erwartet habt. In diesem Video möchte ich euch ein bisschen zeigen, wohin gerade momentan die Tendenz geht, bezogen auf neue NFTs, die gemintet werden. Und wie ihr hier seht, diese Maske ist einer dieser Trends, also es geht im Prinzip darum, dass man 3D generierte Files bekommt, wenn man den jeweiligen NFT kauft und diese 3D Files zum einen als Avatar verwenden kann in den unterschiedlichsten virtuellen Welten und zum anderen, dass auch 3D Files zur Verfügung gestellt werden, um genau solche Geschichten wie jetzt hier mit der Maske zu machen und quasi anonym an einem Zoom Call teilzunehmen oder anonym oder versteckt hinter einem Avatar Videos aufzuzeichnen, also das ist so im Groben mal der Trend, was in den letzten Monaten auf dem NFT Markt passiert ist. Aber dazu gleich mehr. So, nun der Original Müller. Servus und grüß euch. Also, wie schon angedroht, es geht ein bisschen darum, bezogen jetzt auf die diversen virtuellen Welten, was denn da so auf uns zukommt Und eines davon, also diese 3D-NFTs, das hat bereits, ich würde mal sagen, irgendwann im Herbst letzten Jahres begonnen, als da die ersten dieser NFTs auf den Markt kamen. Man muss hier ein bisschen unterscheiden, zum einen zwischen NFTs, die einen Spielhintergrund haben und zum anderen NFTs, die wirklich als Avatar verwendet werden können, zum Beispiel in Decentraland oder The Sandbox und viele andere Metaverses, die da in den Startlöchern stehen und demnächst launchen werden. Aber beginnen wir jetzt ganz einfach mal mit einem Blick, was denn so passiert ist und was es da alles gibt. Dazu schalte ich euch rüber auf meinen Desktop und wir beginnen hier gleich mit Clone X. Clone X ist von der Firma Artifact. Das ist eine amerikanische Firma, ich glaube, die ist in Kalifornien beheimatet, die schon einige NFT-Projekte gelauncht haben. Und Artifacts macht jetzt im Prinzip den Spagat zwischen Real-World-Anwendung und dem Metaverse. Und zwar kriegt man für alle diese Clone X hier, kriegt man natürlich die 3D-Files, die man sich herunterladen kann. Zum einen eben, um die für Videos zu verwenden. Also so wie ich jetzt das mit der Maske gemacht habe. Zum anderen als Avatar in der virtuellen Welt. Aber Artifact geht noch einen Schritt weiter. Und zwar könnt ihr als Beispiel jetzt aus diesem Clone X ein Kleidungsstück machen lassen. Also das kann sein ein Sneaker, eine Jacke, ein Schmuckstück, ein was auch immer. Also das heisst, Artifact bietet an, dass ihr, wenn ihr Besitzer von diesem Clone seid, dann könntet ihr, dann könnt ihr den einmal forgen. Und das bedeutet, dass ihr sagt, okay, ich würde gerne aus diesem Clone X hier, würde ich mir gerne ein paar Sneaker machen lassen. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Sneaker, die ihr aus diesem Clone macht, absolut einzigartig sind. Also das heisst, Artifact hat es geschafft, mit dieser Möglichkeit Kleidungsstücke von Real World im Prinzip ins Metaverse zu übertragen. Und dass das nicht ganz ohne, wie soll ich sagen, das lief nicht ganz unter dem Radar, weil mittlerweile wurden Artifact von Nike gekauft. Okay, also das heisst, wir sehen, dass auch wirklich die grossen Brands wie Nike jetzt halt langsam realisieren, dass hinter diesen ganzen NFTs ein riesengroßer Markt liegt, den sie sich natürlich schlussendlich nicht entgehen lassen wollen. Dasselbe gilt übrigens für Adidas. Adidas arbeitet mit dem Bored Ape Yacht Club zusammen. Also ein weiterer hochpreisiger NFT, der sich mittlerweile, ich würde jetzt mal sagen, als Blue Chip NFT und als Statussymbol etabliert hat. Also wir sehen hier, geht es immer mehr in Richtung Network und halt Verbindung von Real Life zu Metaverse Items. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist zum Beispiel, das sind die Cryptoworkers. Die Cryptoworkers sind auch 3D-Files, wobei bei den Cryptoworkers, diese Cryptoworkers wurden als Avatar ausgelegt für Network. Also ich werde euch dann die ganzen Links unten dazu machen und ich werde dann auch noch ein weiteres Video machen, wo ich etwas genauer auf diese ganzen Metaverses eingehe. Also die, die schon bestehen, wie der Zentraland und der Sandbox und die, die in den Startlöchern stehen, weil das sind doch schon einige. Und wie erwähnt, Cryptoworkers haben ihre NFTs, also ihre Avatare, auf das Metaverse von Network angepasst. Dann haben wir weiter hier die Chibi-Galaxy. Das sind so kleine Chibis halt. Und auch für diese Chibi-Galaxies könnt ihr die 3D-Files runterladen. Also das heisst, ihr könnt diese 3D-Files dann in jedes beliebige 3D-Programm im Prinzip importieren, also sei das ein Blender oder wie sie alle heissen mögen. Und ihr könnt dann in diesen Software-Programmen diese Chibis animieren, ihr könnt sie tanzen lassen und so weiter und so fort. Und könnt die natürlich dann zum Beispiel in einen Film einbinden oder in ein Video, das ihr macht, dass dann plötzlich irgendwie ein Chibi über den Bildschirm fliegt oder irgendwo hinter eurer Schulter auftaucht und so weiter und so fort. Also auch die Chibi-Labs gehen dahin, um eben diese 3D-Files zu liefern, dass die dann vom Besitzer des NFTs verwendet werden können. So, dann ein nächstes, wo ich mich sehr stark dafür interessiere, ist zum Beispiel Projekt Nanopass. Jetzt zum einen sind all diese NFTs im Prinzip Grundstücke in der virtuellen Welt von Nanopass. Das ist mal das eine. Das andere ist aber, dass hier, wenn ihr so ein Nanopass-NFT besitzt, dann könnt ihr wöchentlich eine Blackbox claimen. Und zwar hat das Projekt Nanopass als solches, die machen viele Kooperationen mit bereits bestehenden oder mit zukünftigen NFT-Projekten. Und in so einer Blackbox kann jetzt so ziemlich alles drin sein. Das kann zum Beispiel ein Whitelist-Platz sein für ein NFT-Projekt. Das kann ein fertiger NFT von einem bereits bestehenden NFT-Projekt sein. Das können zum Beispiel Attribute, also Leistungssteigerung oder was auch immer, für die zukünftigen Nanopass-Avatar-NFTs sein. Also das heisst, wenn ihr zusammengefasst einen Nanopass-NFT besitzt, dann habt ihr zum einen mal ein Grundstück in ihrem Metaverse, wobei nicht gesagt ist, ob dieses Metaverse jemals wirklich reussieren wird oder nicht. Das steht wie vieles andere in den Sternen. Ihr habt es aber, durch das ihr wöchentlich eine Blackbox claimen könnt, habt ihr die Möglichkeit oder die Chance zumindest, auf Whitelist-Plätze für zukünftige NFT-Projekte oder ihr erhaltet NFTs geschenkt von bereits bestehenden NFT-Projekten. Also das ist für mich ein ganz spannender Ansatz und ich habe, werde ich euch gleich zeigen, mittlerweile habe ich sehr meinen Fokus auf genau solche Sachen gerichtet. Ich habe zum Beispiel die GB Galaxies, die ich euch gezeigt habe, die habe ich gekauft, weil mit dem Besitz eines solchen NFTs bin ich automatisch auf der Whitelist für zukünftige NFTs, die gemintet werden von Chibi Labs. Also ihr seht, das sind einige Dinge, die da in Bewegung sind und die durchaus spannend sind und halt jetzt mal indirekt mit einem Metaverse zu tun haben. Das nächste, was ich sehr, sehr spannend finde, ist Encode Graphics. Encode Graphics kenne ich aus der Kunstszene quasi. Also ich habe da den einen oder anderen Kunst-NFT von Encode Graphics gemintet und hinter Encode Graphics steht unter anderem Primal Cipher. Und Encode Graphics haben einen Mint-Key quasi auf die Welt gebracht. Also ihr seht hier, das ist der Encode Silver Key, dann gibt es den in Bronze und den gibt es auch noch in Gold. Und wenn ihr im Besitz eines solchen Keys seid, dann könnt ihr, Moment, jetzt war ich auf dem falschen Bildschirm, also wenn ihr im Besitz eines solchen Keys seid, dann könnt ihr die Encode Comics claimen. Also Encode Graphics hat zwei Comic-Linien oder respektive drei und zum einen sind das Meta-Tales, dann ist es Wiz und es wird zukünftig daran gearbeitet, das ist dann Nexus, das ist auch ein Game. Und jetzt mit diesem Encode Key könnt ihr jedes Comic, das zukünftig herauskommt, claimen. Und dieses Comic ist, wie ihr hier seht, wieder ein eigener NFT. Und je nachdem, ob ihr einen Gold, einen Silber oder einen Bronze Key habt, gibt es unterschiedliche, wie soll ich sagen, unterschiedliche Covers. Also wir sehen hier zum Beispiel der Wiz, das ist das Cover, das ihr kriegt, wenn ihr mit dem Bronze Key claimt, das ist das, wenn ihr mit dem Silver Key claimt. Also das heisst, die unterscheiden sich und dadurch entsteht natürlich auch wieder eine gewisse Werthaftigkeit, weil die Silber Keys halt wesentlich selterste sind als die Bronze Keys und die Golden Keys natürlich noch selterer als die anderen zwei. Dazu kommt, wenn ihr einen Silber oder einen Gold Key habt, mit dem Silber Key kriegt ihr physisch das Jahrbuch von Encode Graphics zugeschickt. Also das ist physisch, das ist ein Buch, das ihr durchblättern könnt, also so richtig so oldschool halt. Und wenn ihr einen Gold Key habt, dann kriegt ihr jedes Comic physisch zugeschickt. Okay? Also ihr seht auch, Encode Graphics schafft den Spagat zum einen zwischen Real World und der virtuellen Welt, sagen wir es mal so, und ist zusätzlich, dass ich den rauskriege, zusätzlich dabei, mit Nexus ein Online Game zu entwickeln und mit diesen Keys habt ihr die Möglichkeit, wenn es denn soweit ist, eure Avatare für eben dieses Online Game zu minden. Okay? Also auch für mich eben eine sehr spannende Sache, die Verbindung zwischen Real World und Comic, also Art und der virtuellen Welt. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Mal schauen, was draus wird. So, und als letztes möchte ich euch noch C01 vorstellen. Das ist ein Projekt, das im Prinzip die Mode-Labels in die Metaverses reinbringen will. Und zwar geht es darum, das sind 3D-Avatare und ihr seht hier, dass es im Prinzip darum geht, wenn ihr so einen Avatar habt, dann könnt ihr, seid ihr zukünftig berechtigt, Kleider zu claimen oder respektive zu minden. Also ihr habt da quasi ein White-List-Spot. Und was die vorhaben, ist eben, dass diese Kleidungsstücke dann aber von zum Beispiel von Gucci oder von Prada oder weiss der Geier, woher kommen. Also das heisst, die versuchen mit diesem Projekt diese ganzen großen Mode-Labels in das Metaverse reinzubringen. Also auch eine sehr, sehr spannende Sache, die durchaus ein Auge wert ist. So, schalten wir wieder zurück. Also ihr seht, es ist einiges am Tun, bezogen eben auf NFTs in diesem Metaverse. Dazu kommen dann die verschiedenen NFTs, die einen Gaming-Hintergrund haben, Mirandas von Galagames und ähnliche, die im Prinzip ihre NFTs dann als Avatare verwenden in ihren jeweiligen Spielen. Doch zu den Metaverses wie Dezentraland, der Sandbox und die ganzen Neuen werde ich noch ein Video machen, wo ich ein bisschen spezifischer auf die Unterschiede eingehe zwischen zum Beispiel Dezentraland und auf der anderen Seite Mirandas von Galagames. Weil da gibt es einige Dinge, die man, wenn man in so ein Projekt investieren möchte, halt einfach beachten muss. So, das war es mal eine grobe Übersicht über den Trend Metaverse NFTs, wie das so ausschaut, was sich da am Markt tut und getan hat. Wenn ihr was Vernünftiges daraus mitnehmen konntet, lasst mir bitte einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter, Kommentare, Anregungen und Kritik wie immer unten in die Kommentare. Das war es von meiner Seite, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und Tschüss euch!